Wir spielen heute Morgen Seemanns Lieder, Matrosinnen Lieder und anfangen mit einem Stück von Vivaldi. Vivaldi war nicht der Seemann, aber er hat in Veneri gelegt und hat auch dort komponiert. Das ist doch sehr in Veneri. Kommt mit mir, wie wir alle wissen. Und dann geht es weiter mit ein paar Stück, die zuerst nur das Pinocchio spielen und dann spielen wir noch zwei Stück Album miteinander. Das ist doch schön, wenn wir alle wissen. Der Rechte, was ein Piddo, der sich über Wasser fremd. Eier ist doch auch, mein Piddo. Und dann, bevor wir uns unter anderem, Es ist doch ein Piddo. Und dann geht's auch, wenn wir uns dem Liedern und Kaffee kommen. Ich kann es nicht um Ge Operieren und Kaffee kommen. Und dann geht's ein P sinner. Wie wir haben uns Kaffee mit dem Liedern und Kaffee kommen. Das ist doch, wie wir zwei Jahre später versuchen, Das ist doch auch, wie wir uns das Liedern und Kaffee kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020